Willkommen in Wien, da ist diese Statue beim Heldenplatz und jetzt wir sind das Bauvolk, der in der Welt hat. Wer wird mehr Jugend? Oh weh, oh oh. Film lieber nicht, weil sonst kriegst du eine auf den Weg. Das will ich so. Oh man. Blah, bla bla, bla 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 bla. Wir sind die größten Vollidioten am Stadt. Guck mir, da ist das, ne? Danke. Ja, du kannst reingehen und das aufnehmen. Ah, nein. Oh, lieber nicht, weil sonst tickt man gar nicht. Ja, aber ich fühle mich zu Hause, dass er die Birnenklöpste hat. Ja, das ist gleich so viel. Oh, mein Gott. 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 Hey, du hast das ja das passende, Peter. Und fuck NWO. Mir ist das da dazwischen gehen, weil... Oh, die Tasche wieder. Oh, mein Gott. Ich meine, die sind eher NWO-Freien, gar die... Oh, das ist ein guter Slogan. Wir zahlen nicht für eure Krise. Wie meinen sie? Was meinen sie damit? Ah, ja, das ist gut. Oh, das ist interessant. Hast du ja Auslehner dabei? Ja, die sind ja für... Kommunisten. Kommunisten-Flagge. Oh, man schmiedet die Revolutionäre Organisation, die Arbeit verdammt. Oh, jeder ist Kommunisten-Zeit. Zum Wohl ist da der... ...unter...unter...unter... ...unter...unter... Ma, Patesan, hey. Super. Oh, mein Gott. Die Patesanen. Das sind ja voller die Kommunisten, hey. Soldier. Oh, mein Gott. Die Patesanen. Die Patesanen. Die Patesanen. Mensch. Angst, jemand. Mann! 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 Okay, man für Demokratie bin ich an dem Weg. Demokratie ist sowas für die EU. Ich bin weder für die Demokratie, weder für die Kommunisten. Das ist kein Antifa richtig, oder? Das ist kein richtiger Antifa, oder? Das ist ein älterer Mensch, oder? Weil Demokratie ist sowieso schon längst tot. Ja, nur von Demokratie träumt, das ist irgendwie leherschön, oder? Aber auch Kommunismus bei Gase. Oh mein Gott, der noch. Also schon, Monsieur. Der hat ja eine Ähnlichkeit mit dem Wiener Merlin irgendwie. Ja, genau, zum Wiener Merlin. Der Wiener Merlin schaut da so, aber da so hat er eine Port und so leise an. Ja, was wird mit der Corona-Krise zu tun? Mit der Klimakrise und der Wirtschaftskrise aufgrund des Nationalismus? Jetzt kommt die Klimakrise. Und dann wollen sie jetzt quasi Lockdowns rechtfertigen durch die Klimakrise. Und uns verbieten, dass wir ein Auto fahren, oder? Dabei fahren sie selber mit dem Auto? Ja. Das ist Saddam Hussein, oder was? Nein, das ist nicht Saddam Hussein. In Gauern, ja. Ist das Maschinen-Gebäuer, oder was? Keine Ahnung. Ahnung, wir sind ja voll die Kommunistenfans. H cancelled. Ich will keine Solidarität, indem ich an Masken trotze. Heute ist der 1. Mai, das hat uns ja auch ein Demonstrierenfest. Sozialismus, irgendwie. Sozialismus braucht man auch eine ganze. Was bedeutet Sozialismus? Keine Ahnung. Sozialismus war Jugoslawien. Jugoslawien war Sozialismus. Meine Mama hat gesagt, sie war glücklich. Aber sie ist noch Ex-Sukoslawien. Jetzt hat sie viel mehr Angst gebraucht. Was? Die Frauenbefreiung? Die Werbung macht ja Partisanen. Das ist immer ein Schneier. Ja, das ist nur ein Schleier. Die Mannschaft ist ein Schleier? Ja, keine Ahnung. Pro-Corona-Maßnahmen oder gegen Corona-Maßnahmen? Die brauchen weder Sozialisten, weder Koranen. Den Kollegen kennen wir, der kennt ihr zu uns. Das ist ja der Matrix-Mengen. Ein, zwei, vier, vier, eins, vier... Drei, vier, 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 vier... Drei, vier, vier... Servas! Servas, hallo. Du bist bei Martin, äh, beim Dings, beim Bernd Haaslein dort? Ja, 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 etwas. Aber das ist die falsche Demonstration. Ach so. Das sind die Antifa. Wie? Für was sind die? Für was sind die? Was wollen die? Naja, für Kommunismus. Die wollen Kommunismus. Das sieht man ja. Kommunismus, Sozialismus. Es ist ein und das selbe Café. Hey, da ist der Hanna mit Kurz, muss weg, T-Shirt. Kurz, muss weg. Hey, da ist der Hanna, ein richtiger Antifa. Sicher. Das ist ein richtiger Antifa. Du bist der Antifa, gell? Sicher. Hab ich gleich gewusst. Servus. 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 Und? Wo ist der Hanna? Das ist ein Elkwirt, hat er gesagt. Ja. Ich hab mir gedacht, endlich alles ist dazu. Hm? Alles ist alles dazu. Außerdem ist die Antifa da. Die sind ja nicht dran. Wir sollen ja da Richtung, da die Hüberstraße gehen. Los. Wir sind vier. Max. Heute. Ich bin heute vermutlich ein bisschen. Da gehen wir in die entgegengesetzte Richtung. Das sind das A wahrscheinlich, Antifa wahrscheinlich. Antifa und Antifa. Scheint so zu sein. Antifa müssen wir schon bringen. Ich hab ja nicht gewusst, dass das jemand da hat. Da waren nicht wenige Leute. Nein. Da siehst du dich dran. Die Freunden marschieren sie. Die Teigen auch weiter. Aber da sind auch die Kinder mit. Da haben keine Abstand. Oder siehst du da, dass seine Rennen einen Abstand? Oder siehst du da auch keine Abstand, ne? Ja, Masken hat so gut wie jeder. Aber ja, meistens Masken hat dann jeder, ja. Ja, das ist das heißt, ja. Oder fast jeder, ey. Die meisten haben Masken, ja. Ne, der Junge hat keine Masken. Der Franzose da. Ja, sie haben es auch. Den wir filmen. Ha! Ihr tragt auch keine Masken. Das war auch schon ein langer Zug, gell? Ja, schon. Das würden die Freiheitskämpfe der iranischen Bevölkerung. Der Schiff ist ja auch schon ein langer Zug, der in der Musik war. Gegenrufe ist doch nicht so klein. Mit digo, wie hat es das hier passiert? Ja, das ist doch nicht so klein. Die haben wir ja schon mit den Gaming, die Leute mit dem Das ist nicht viel für Podden. Grüß! Aber wo? Ein Rotausbrot? Ja, ja, ja. Ich weiß noch, wie für einen freier Trank geht es nicht. Alle Müsse dür. Ha, alle Müsse dür. Steht da oben. Ist das? Oh, wow. Was bedeutet denn die roten Fahnen ohne Inter-Symbol drauf? Blut. Blut. Super. Wo war das? Der hat den Herbst oder der Typ? Blut. 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 Das sind ja auch hauptsächlich Häuptwünsche oder Jungtien- oder Teenager? Studenten, Teenager, ja, hauptsächlich. Für Verstaatlichung und Arbeiterkontrolle. Wo steht das? Ja, das weiß ich nicht. Ich, ja. Ich brauche da ein Staat, die mich schon des Staates. Arbeiterkontrolle, super. Italienisch. Ich. 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 Ist das jetzt eine französische Revolution oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es so ein französisches Revolutionswirt. Nehmt euch den Ring, passt aufeinander auf. Nächste Rednerin ist ebenfalls von der KPÖ. Bitte applaudiert für Susanne Einpasser. Ich kann es nicht ordnen, ich kann es nicht ordnen, ich kann es nicht ordnen, ich kann es nicht ordnen. Fahrts mal an. Ich weiß es nicht, vielleicht kommen wir ja durch. Das ist auch eine Eingung. Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, ein Hoch vom 1. Mai von meiner Sorte. Ich bin auch Bezirksbändin in dem neuen Führungnis KPÖ links im dritten Bezirk. Das erste Mai ist ein Kaptag der internationalen Arbeiterinnenklasse. Er ist nicht auf dem Müll der Geschichte gelandet. Wie wir heute schon reden gehört haben, die soziale Lage hat sich keineswegs verbessert. Die Frauen sind frei und schlecht und schlecht. Die Frauen bei der Innenklasse auch zu feiern, aber auch bei Anliegen sind. Die Bearmt und die Arbeitsbesätze haben sich auch verändert. Die Bearmt und die Bearmt sind die Bedingungen, zu denen die Arbeit. Die Bearmt und die Bearmt reisen wenige ein. Eine für wenige eignet sich Dinge allen an, die alle gehören sollten. Wir nehmen uns tief an diesem Tag die Straße und zeigen, was wir unter Solidarität verstehen. Ein Tag, an dem wir zeigen, was wir unter einem sozialgerechten Leben verstehen. Es ist der Tag, an dem wir sagen, was machen wir nicht mehr mit. Es ist ein Tag, an dem wir selbstbestimmt die Politik entwickeln wollen. Solidarität ist wieder ein Tag. Wir sehen uns, was wir aufhören, oder? Wir sehen uns, was wir heute machen. Wir sehen uns, was wir heute machen. Die größte Reikerinnen und zugewanderte Flüchtlinge, die Erwerbswürdige und die Erwerbslose belassen sich aufspalten. Die Klochen auf, die Kochen auf und auf und auf. Für uns, als Europas, die Frenge auf die Linke gibt es selbstständig. Für uns gibt es keine Ahnung, die anderen. Wir stehen zusammen. Als Populistin lasse ich es nicht zu, dass Menschen ausgegrenzt werden. Menschen, die Existenz berechnen, sein Anfallammer. Aber krass, wenn man mitzunehmen. Pass auf. Untersuch. Dieser Stil, den freut man super. Die Mörfe vormunden. Die kennen mich alle mal. Und wieder ab Strafe. Und endlich mal alle zurücktreten. Wir brauchen überhaupt keine Regierung mehr. Scheiß Regierungen. Ich glaub nie wer das sind. Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! So. In Flogenfurt kann ich auch von da erkennen. Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Da ist ein Brecher. Der Brecher, ja? Da ist ein Brecher. Ach so. Wir werden gleich mal auf der Linse. Ja. Das ist auch nicht schwer erkennbar. Ja. Nein. Ja. 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 Sparta zieht nicht in den Krieg, diese 300 Männer sind nur die Leibwache. Sparta zieht nicht in den Krieg, die wir in den Krieg haben. Ich bin der Schmied. 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 Die Kirche Das war's für heute. Juhu, ihr seid sowas von Läher, die wir Polizisten. Jungs, lieber... Jungs, lieber... Tatsächlich... Der Brecher. Jungs, der Brecher, ihr... Also, das ist mir echt ein Wut. Ich habe der Wintbruch gerade angefangen. Ich habe das ganze Haus quasi. Das ist der Kettebrecher. Sie müssen euch vorstellen, auf der Wintbruch geht das original 0.5 km. Vielen Dank. Ja, noch mehr Leid, oder? Holz, noch mehr Leid. Oh, oh. Du, 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 du. Du, 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 du Was machte da eurer eigenen Kinder? Seht weg gerne, ja? Pressefreit mal. Leuchtet mal alle da aus. Oh, wir kennen die best ihr, Mensch. Gewalt in der Familie, ja? Angriffen worden in der Kindheit, Schlagen, Existenzängste. Oh, wie ich euch aufmache. Was habt ihr denn da alle? Seid ihr von der Altengeneration noch verliert? Ja, das ist die Veiga. Den Obre. Specialisiert. Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Ja, das ist die Vega. Dinkobre. Ich bin ja des Tiefer. Oh, wie ist der noch? Oh, wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie gehen dann gerne im Internet skandieren, das reicht, das ist kein Problem. Das ist ein Wilson-Accha für die Auflagen, zwei Siegerastic und den R seront, ein Baby-Schwein Film, Ephression und Probe. Aber ich habe mich nur noch an der Probe, die erneut sich für einen Aufstieg im Internet, und ich habe mir noch einen Auflagen und ich möchte mich noch gerne noch einen Auflagenleihab. Aber ich möchte euch noch an der Probe aufmachen. Also, bei mir so ein bisschen weniger Auflagenleihab. Einmal schon mal ein Video aus. Aber da mache ich einfach so einen Aufwand. Ich bin aus dem Video aus dem Video aus dem Video aus dem Video aus. Untertitelung des ZDF, 2020